Hey Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video von mir, eurem ByScape. Heute gibt es wieder ein Pokémon Picross Video und zwar zeige ich euch die Lösung von Shaman der Stufe 0909 in der Zenitform. Die Rastergröße ist 20x15 und dann fangen wir auch gleich mal damit an. So, jetzt mal kurz den Bildschirm hier ein bisschen nach unten richten. Jetzt brauche ich noch was, um es festzuhalten. Aber keine Angst, ich zeige euch das gleich auch nochmal ganz. So, dann fangen wir mal an. Hier die Felder. So, dann fangen wir mal an. So, dann fangen wir mal an. So, den ganzen Part hätten wir jetzt schon mal. So, den ganzen Part hätten wir jetzt schon mal. So, ein Kästchen fehlt jetzt noch. Kurz die Kamera hochmachen. So, hier von oben. Und das letzte Kästchen ist das da. Das müsst ihr noch ausfüllen und dann habt ihr es geschafft. Ich mach das mal eben kurz. Kann man wieder ordentlich hinstellen. So, und ihr habt euch schon das Rätsel gelöst. Und ja, das war's von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass ich euch damit weiterhilfe. Falls ja, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Und ja, ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut, Leute. Bis dahin. Bis dahin. Vielen Dank.